Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Fortnite heute zusammen mit Zombie. Wenn ihr wollt, benutzt gerne den Creator-Code GLP, damit ich mir vielleicht bald mal was zu essen kaufen kann. Bewertet im Part und wie immer, viel Spaß! Boah, ich hab meine krassen Sensen an aus dem Battle Pass. Uiih, na die passen zu dir. Wir sind drei Genome finden und es gibt fünf Stück dort in dem Gebiet. Und warum nicht alle? Ich hab's genau in das Haus markiert beinahe. Bist du schon raus? Oh, du bist schon raus. Ja, ich bin raus. Na klar. Ich hol dann alle jetzt. Okay. Die anderen Aufgaben sind eigentlich einfach leicht. Außer drei Kills in einem bestimmten Gebiet zu machen. Hä? Das ist unmöglich. Easy. Unmöglich. Da guck mal, der Stuhl, der große. Ja. Kann ich da reingehen und dann sterben? Ja, können wir gleich machen, wenn wir die Genome haben. Okay. Oh, ich stehe ja nicht sehen. Der grillt, der grillt, der grillt. Was, der grillt? Ach da, yo, das will ich auch sehen. Gefunden. Ich hab ihn gefunden. Warum muss ich den noch E drücken? Ich hab den doch schon gesehen. Oh, das ist doch eine super Loot-Kiste. Jawoll. Öffnen. Ne, legendäres Sniper. Oh. Oh, die ist mir aus der Hand gefallen. Oh, nee. Die ist echt gedroppt. Oh, guck mal. Oh, das ist ein Sniper. Oh, ich hab ne grüne Waffe. Ja. Gut, da trafisch. Oh, ich snipe so gerne in dem Spiel. Das ist mein Lieblings-Dings. Ne, ich nicht. Deswegen hast du es auch zufällig gefunden. Da ist einer. Warte, ich stepp ihn. Hab ihn. Hat man das gehört? Das war ultra laut. Der nächste ist da oben bei dem Haus. Nur noch einer. Nur noch einer. Wir sterben jetzt gleich. Oh, da drin ist was Tolles. Ey. Och, Mann. Äh, wo ist denn Umi? Bestimmt hier auch mal der Kiste. Ich sag's dir. Da ist die Kiste. Ah, ja. Krass. Ja, da sag ich dir. Krass. Wusste ich doch. Ja, auch 35.000. Oh, Sturmgewehr. War es so viel? Ja. Jeder, der wirklich gibt es 35.000. Oh, lecker. Warte. Ja, danke. Hi. Aua. So, du willst einmal in den Strudel. Ja. 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 Und. Hui. Hä, das war's? Ja. Als ob. Und. Wow. Ah, cool. Die Agency. Aber die jetzt Authority heißt. Ah, sind die da oben drin? Da baut jemand. Ist natürlich blöd, dass man hier meinen Kopf sieht, ne? Ah, ich seh's. Ja, ich seh's. Okay, schade. Ich sag mir, der Slipher vielleicht schießt mir nicht. Richtig, richtig. Anstatt einfach reinzuballern. Ah, ich seh ihn. Ja, ja, ja. Oh, werde schön gewohlen. Ja, ey, das wär echt lecker, wenn ich da jetzt treffen würde. Oh, jetzt baut er noch mehr Turm. Jawoll, jetzt ist er. Jetzt hat er eigentlich. LOL, war das knapp. Ja, pass auf, ne? Nicht, dass der Typ jetzt gleich... Oh, von... Von da, ich seh da wen. Oh, ich bin da durch... Hab' ein, hab' ein, hab' ein, hab' ein. Nein, jetzt hebt er sein Maid auf. Da drin, wo ich gerade markiert habe. Ich schieße mal rein. Lenk sie ab, lenk sie ab. Ich hab's mit meinem Jumpy-Pad hin. Ich hab' ihn auch schon besiegt. Oh, ich seh' ihn. Ja, ich komm' da nicht hoch. Hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn. Er ist down. Heißt, also, da lebt noch einer. Der hat den nämlich hochgehoben. Halt, ich bin tot. Ich hab' nicht... Hä? Ich... Hä? Hab' ihn. Ich hab' keinen einzigen Schuss getroffen. Ja, und dann noch spielen. Ich stand hinter denen, er hat mich nicht gesehen. Und ich hab' viermal daneben. Oder fünfmal. Okay. Der richtig gut. Oh, hä? Oh, tschüss. Hä? Ich hab' doch gerade E gedrückt. Jetzt hab' ich was anderes gedrückt. LOL. Fürf mich hier durch die Gegend. Das war der Wurf der Schande. Ja, aber wirklich. Man, wird immer besser und ich bleib' gleich schlecht. Wie am Anfang. Nee, 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 nee. Bei mir, äh, trifft wirklich immer dasselbe zu. Ich bin am Anfang der, der Session gut. Und werde dann immer schlechter. Meinst du, der Typ lebt noch? Ich höre irgendwas hier. Äh, ich hab' gerade ausgehört. Was ist das? Was ist das? Hä? Ich mach' uns schnell zu. Ich bin raus hier. Ach, ah, lol. Ich bin raus hier. Ach so. Ja, die fährt, glaub' ich, aber nur nach unten. Oh Gott, nein. Ins Offene, ne? Ja, ins Offene. Wir sollen aber eh mal weitergehen. Äh, eh mal klingt gut. Hier hoch, hier hoch. Wir müssen aus der Zone. Ach so. Oh. Ja, schade. Da krieg' ich wohl ein bisschen Schaden. Aber was soll's. Oh Gott. Oh Gott, tut das weh. Das brennt so hart. Oh, jetzt macht sie zwei Schaden. Warum ist sie stärker geworden? Weil sie angehalten hat. Hallo. Ich muss ins Haus. Hier ist so ein Jump Pad. Vielleicht ist er weggehüpft damit. Das kann sein, ja. Oh, da hört man was. Ich geh mal hier hoch. Ja, ich auch. Medikit. Oh, da. Da oben vielleicht. Oh ja, ich seh. Ja, ja, ja. Da ist er. Da ist einer. Der fliegt gerade rum. 3, 2, 1. Guck noch einmal, guck noch einmal, guck noch einmal, guck noch einmal. Hab einen. 116 Schaden. Nein, 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 nein. Ich will leben. Aua, 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 aua. Mama, Mama, hilfst du mir? Ja, ich versuche erst mal einen Weg hier aus dem Haus rauszufinden. Ich bin ganz unten im Dreck. Okay, ich bin auch ganz unten. Ich hab so Angst. Klapp mich ein. Mir geht's nicht so gut. Das ist eine taktische, legendäre Schrotflinde mit dem Tod. Gut, du bist also im Dreck. Nee, kommt mit einer Schrotflinde gleich einfach in dich reingerannt. Nee, kann ja nicht. Guck, da bin ich. Oh, da kommt ja eine Border. Mal wieder. Ey, wie, warum kommt die denn immer? Ich dachte, die wäre rausgepatcht. Okay. Ich hab dein Kram. Ich geh jetzt einfach. Ich bin raus hier, ihr Lutscher. Tschüss. Hui. Gummibären. Wie lachst du denn? Überall. Sechs. Hui. Hat sich doch gelohnt. Cool. Alles klar, Leute. Läuft halt nur vor allen, die gerade kämpfen. Gehen die Zorgen, gehen die Zorgen. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Und hat auch ihn gerade von oben gesnippt. 92 Schaden. Nein, 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 nein. Von hinten. Egal, was passiert. Leute, lasst mich doch. Einer, der mitten auf einer freien Wiese schießt, schießt mit der Sniper, sodass jeder ihn hört. Ja, ist doch egal. Ich wollte nochmal reinschießen. Ja, das hat sich ja auch gelohnt. Es war 30 Schaden. Wie schön war das denn? Ja, danke. Endlich einer, der mein Spielstil versteht. Hallo. Das, ich bin tot. Ich verabschiede. Ich geh ne Müll, ich geh ne Müll, ich geh ne Müll, ich geh ne Müll. Nein, 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 Müll. Ich bin Müll, ich bin Müll. Oh, ich bin weg. Ich bin, ich bin Müll und weg. Loll, da ist der Truck zum Wiedermeleben. Als ob. Als ob, was ist das denn? Was ein glücklicher Zufall. Ja. Ich bin Müll, ich bin Müll. Oh, da ist der Truck zum Wiedermeleben. Ich will, ach, geht nicht, egal. Ich hole dich einfach. Äh, guck mal, wie klein die Border ist. Ja, ja, ja. Es leben nur noch sieben Leute, aber die haben alle Orteid gekämpft. Oh Gott, ah. Von wo, von wo, von da. Okay, ich seh's. Von da oben. Ich snipe rein. 28, wach, 100 Schaden in meinen Fuß? Nein, 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 nein. Ich hol dich. Nein, das ist doch nutzlos, Mann. Danke, das stimmt. Gut, dass du es sagst. Ich hab nicht mal ne Waffe. Ich geh... Hast du nicht? Lol. Opfer. Oh, ne Pistole. Ich geh einfach nur weg. Schuss, ja. Ich bin raus hier. Warum hab ich dich wieder geholt? Das war ein Fehler. Hier kommen zwei Leute auf dich zugestimmt. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Ja, ich seh sie sogar beide. Nein, das war so knapp. Lass mich. Bitte. Ich bin so cool. Ein bisschen überleben, dann kommt der Helikopter. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was geht denn hier ab? Hallo, Freunde. Da ist eine... Och, eine gute Waffe. Hier sind die. Die gehen auf mir und wollen mich jetzt mit der Spitzhacke töten. Ach, du lebst doch. Cool, du lenkst die ab. Danke. Ja, ja, die klatscht mir. Warum nimm ich dich aber die Sniper? Hüpfe weg. Hüpfe weg. Ja, ich hab... Oh Gott, da ist ja die Border. Die wurde da schon wieder reingepatcht. Wie geht das? Ja, auf den Mond schießen, du kennst die doch. Ach so, ah ja, okay, okay. Auf den Mond schießen. Wuh! Ich kann fliegen. Ich kann fliegen, ich kann fliegen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hinter mir, über dir, ja. Okay, ich hol dich jetzt. Nee, geht nicht mehr, sorry. Oh, hinter mir, hinter mir. Okay, ich hab mich eingebaut, erfolgreich. Das war erfolgreich. Wow! Er ist in mir, er ist in mir. Warum, warum hab ich denn so lang gelebt? Alter, ich hab einfach nur nur rot gesehen. Oh, ich hab... Oh, ich hab... Oh, ich hab... Boah, ja, ich muss aber erst mal nur schlafen. Erst mal in Rente gehen. So. Ich lande hier wieder im Turm wieder. Okay, ich lande hier im Arsch der Welt. Ich glaube, ich sterbe, weil da ist direkt einer. Ich geh mal ganz woanders hin, wo gar nichts ist. Perfekt. Hi, komm! Willst du dich verarschen? Jetzt komm her! Oh Gott, ey, ey, oh Gott! 35, 70, 70, 70. Ja, warte, warte, warte. Kannst du mir ne Waffe... Da ist einer, da ist einer. Ich hab keine Waffe. Ah, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und du dann? Ja, scheinbar auch. Okay. Habt ihr ihn getötet? Ja, ich hab keine Muni, wie gesagt. Ich muss mir erst mal was holen. Jetzt hab ich ihn getötet. Oh, er hat 1 HP. Verdammt, ja. Ja, ja, der penischt mich jetzt. Ja. Ach, komm. Hüpp die rum. Ja. War kein guter Spieler, der... Ja. Kein guter Spieler, fast tot. War auch jemand neben dir, ne? Ja, ist mir egal. Ich hör den. Versteck mich im Bad. So, warte, lass mich kurz switchen. Er ist da? Oh Gott, ja, ich weiß. Oh Gott, Hilfe! Der Osterhase gewesen. Ja, da, das war klar, dass ich da sterbe. Nein, ich kann nicht drin landen. Weil der Wind ist. Ach, die paar Meter, nein. Weil so ein Meter... Och Mann. Ah ja, ich hab's geschafft. Das ist ja die Hobsache. Oh ja. Oh, das ist die aufladbare Schottigun. Ich renne einfach rein, ne? Was? Wie kannst du mich mit einem Maschinengewehr so schnell töten? Das geht nicht. Ich kann 20 Schaden machen. Einmal pro Minute. Ach Gott. Hallo? Ui. Nein. So ein Trottel. Oh Gott. Ich hab keine Muni mehr, weil ich wieder gewastet hab. Da steht ja genau um die Ecke. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, mit einer Shotgun. Gut, dann bin ich raus. Das ist ja schon ein von drei. Da war in der Treppe rechts hinter dir. Oh. Alter, du hörst hier gar nichts. Nee, ich hör wirklich gar nichts mit den Inears. Ist ja fürchterlich. Richtig. Man hört halt extrem, wo die Leute sind eigentlich. Betonung auf eigentlich. Ich kann denen eine grüne Shotgun geben, ne? Das ist doch eine aufladbare. Ich hab alle... Okay, jetzt hab ich... Oh, fünf grüne Waffen. Jawohl. Oh. Pfff. Hätte ich auch nicht erwartet, dass das Rohrleft-Kraft war. Ja, der war gut. Hui. Hä? Du hast mich von da weggekickt. Da ein Jagdgewehr willst du haben? Ich hab eine richtige Stippe. Meine erste blaue Waffe. Oh. Ich mach mal das Lagerfeuer an. Hier, die sieht aus wie ein Fisch auf der Minimap. Lol. Hast recht. Musik. Hä? Ist irgendwas geraucht gerade? Das ist Klumpi. Ja, klar. Das ist wirklich Klumpi. Da oben auf dem Stein. Siehst du ihn? Pff. Also... Alter, kann ich da mal... Kann ich hier bitte hochkommen? Ey. Ja. Da oben. Da. Nein. Nein. Ja. Nein. Hä? Wie kann ich denn da noch runterfallen? Da. Treppe. Eine Treppe gebaut. Ja, ich bin da. Ja, alles klar. Da ist er ja. Da ist er wirklich. Da ist er. Und wie er denn ist? Soll ich den Stein wegmachen? Ja, mach mal. Nein. Lol. Er ist unsterblich. Irgendwie ist das egal. Ich mach Klumpi das Boot auch noch weg. Oh. Da war das Boot. Okay. Schade. Und ich sehe da was gebautes. Ja. Und ein Helikopter. Ach, da ist der. Der ist immer noch an der selben Stelle. Ich sehe da Markierungen. Rechts von uns ist ein Heli. Und ich höre... Ah, ich sehe sie. Ich sehe auch den Gegner. Rechts von uns ist ein Heli, ne? Ja, da ist ein Gegner direkt vor uns, der gelandet ist. Ja, und neben uns ist ein Heli. Ja, ist egal. Warte, warte. Sie sehen uns nicht. Gleich kann ich... Mist. Also rechts von uns bauen die gerade einen Turm, um auf uns zu schießen. Das ist egal. Ah, ich sehe sie. Da war gerade einer. Hier. Ich fände die gerade vor, ne? Okay, ja. Ja, ich komme mit. Weil die anderen, auf die du geschossen hast, die sind da irgendwo auf dich. Äh, sie wollen mich bekommen. Ja, genau. 91 Schaden an einem. Okay. Ich habe ein paar Klone hingemacht. Hilfe. Hier ins Klo. Hab ihn einmal 100 Schaden gemacht. Der da oben ist fast down. Du musst jetzt halt voll reingehen. Okay. Dann geh doch, geh, ja. Was passiert? Oh, zwei Leute, die auf mich geschossen haben. Hä, ich dachte, du hast einen Down gemacht. Ne, ich habe einen 104 Schaden gemacht. Ich hatte einen 91 Schaden gemacht. Ah, dann haben wir wahrscheinlich beide geschwächt. Cool. Ja. Ja, aber warum sterben die da nicht einfach, wenn ich... Keiner, ja, das verstehe ich auch nicht. Hättet ihr nicht bei Sweaty Sands gegen uns kämpfen können? Oder wie es auch immer heißt. Sweaty Sands. Steamy Stacks. Das hört die Sands ist links. Hä? Du brauchst gar nicht so lachen. Das heißt doch nicht so. Das heißt so? Oh, ich hätte schon Helikopter. Ach, du bist es. Hallo. Du kannst mich gerne mitnehmen. Hallo. Boah, Alter. Wäre das GTA gewesen, wäre ich jetzt tot. Alter, wer ist da denn? Sharkman. Mein Idol. Was? Sharkman? Das ist so cool. Ach da. Lol. Jens, Jens würde ich spülen, wenn ich ihn hätte. Weil der wieder updanzt. Ja. Blum, 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 blum. Blum, 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 blum. So. Und jetzt bitte... Ich hätt gerne eine Shotgun und Chill-Trank, Jens. Ein legendärer Shotgun würde ich nehmen. Dann würde ich vielleicht gerade so gegen einen sterben. Meinst du gewinnen? Äh, ja. Da lande ich. Ich lande einfach irgendwo, wo gar nichts ist. Das ist doch schön. Ja, ich glaube, hier ist wer gelandet. Ich weiß nicht, ob du es warst. Nee. Ja, das ist ja schön. Ich habe eine Shot... Oh nein, ich habe ein Dingens. Als ob der schon vier Wände bauen kann nach dem Landen. Was ist das für ein Gott? Hier ist einer bei mir. Ich habe ein bisschen angeschossen. Oh, hier ist eine Strohflinte. Oh, und so ein Jagdgewehr. Hier ist alles auf meinem Dach. Ich nehme mal ein Schilddrank. Ich nehme mal ein Schilddrank. Ich höre... Ich höre wen. Oh Gott, er! Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Hier ist wer bei mir. Hier ist wer bei mir. Ich bin sowas von raus. Da ist Sharkman! Sharkman, ich bin... Du bist so cool. Ich bring dich um, Sharkman. Ich bring dich um. Ich bring dich... Ich schaffe das. Ich bin tot. Ich komme. Sharkman hat mich umgebracht. Mein Idol. Da ist er. Renn zu ihm. Scheiß auf mich. Ich gehe zu Sharkman. Er ist da unter mir. Unter mir. Unter dir? Da unten müsste er sein. Ja, und hinter dir ist auch einer. Aber egal. Da ist niemand. Ah, er ist hier. Oh, ja. Ja, 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 ja. Zwei Kills. Ja. Noch ein Kill. Somebody, ein Kill. Auf meinem Dach oben ist ein Gegner. Ja, Sharkman. Beende es mit Sharkman. Ist es etwa Weihnachten? Ja, geh doch erstmal in Deckung. Jetzt dreht er sich um und geht wieder. Nein, nein. Oder er geht einfach weiter und steigt vorher aus. Ja, komm her. Komm her. Was ist das denn für ein Feini? Oh, ich hab schon wieder... Alter, du und dein Dach, ne? Ich muss echt mit diesen Rampen arbeiten, sonst stehe ich immer nur gegen meine eigene Plattform. Warum baut der sich so einen Turm? Oder kommt mich besuchen? Ach, hier ist es ja nicht. Oh, schade. Hä, wie hab ich den denn? Ey, Junge. Oh, Loll. Oh, du schaffst das. Du schaffst das. Das war das Aquaman. Es war ein Aquaman, aber es war nicht Highman. Wo es dem... Stimmt. Oh, Loll. Ja, kommt her. Kommt her. Kämpft hier gegen mich. Nee, es reicht, wenn du... Nein, nein, nein. Es wird reichen, wenn du da drin stehst. Ach so. Wenn du die jetzt von da drin snipest, ist es egal, wo die stehen. Ich sehe sie aber nicht mehr. Oh, die könnten da sein. Hallo. Boah, Alter. Hallo, Freunde. Ist hier einer? Ich möchte mit jemandem Fortnite spielen. Ja gut, die haben mich schon gesehen, glaube ich. Jo. Oh, rechts, 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 rechts. Die wissen nicht, welcher recht ist. Ich habe sofort gewusst, welcher recht ist. Äh, weißt du, alle Erfolge so mega einfach in dem Ding und dann kill drei Leute da, ja, wow. Ja, in so einem richtigen Abseitsort, ja. Warum können wir nicht einfach in Grotto landen? Warum ist da Wasser? Das habe ich, äh, mich auch schon vorhin gefragt, wie du dich vielleicht erinnerst. Wir werden nie mehr in Grotto landen in der Season, nie mehr. Kiste, okay, perfekt. Ich habe was. Ich kann mich wehren. Hier sind Slurps. Ja. Nein, da ist direkt einer bei mir, bei mir, bei mir. Ja. Ja, Mist, ich habe ihn zweimal getroffen. Ich komme da nicht hoch. Als ob. Er ist, ich habe ihn. Ja, er hat auf mich geschossen, sehr gut. Habe ihn. Willst du ihn nicht verhören? Nö. Das war mir gerade einfach wichtiger, aber stimmt, schon mal dumm. Ich habe gerade einfach nur einen Kill gesehen. Oh, shit, da, ja, hier ist der Mate. Ja. Hab ihn. Hab den Erfolg. Oh, ich war erst auf der falschen Waffe, wo ich keine Muni mehr hatte. Uff. Sind doch nicht nur zwei Leute gelandet. Doch, das war meine Kill. Tschüss. Nee, nee, hier höre ich welche. Ja, unter dir. Unter dir, glaube ich. Ja, genau. Ich gehe von der anderen Seite. Ah, ja, ich sehe ihn. Okay. Sein Schild ist weg. Oh, ein Zwei. Ich weiß, rechts nehmen wir, mir war auch noch einer. Ich habe einfach nur rumgezittert. Keine Ahnung. Ach, du bist tot. Ja. Du bist tot, deswegen. Theoretisch, wenn ich jemanden gedownt habe. Dann landen wir, ich auf jeden Fall. Dann könnten wir warten, bis der andere den wieder hoch holt, damit du den Kill dann bekommst. Da ist einer, direkt bei mir. Hier bei mir ist einer. Erster Kill des Matches, 14.000 Erfahrung. Noll. Als ob da oben ist eine Banane, eine Banane, die mich angreift. Auf dir landet einer mit einem Bicelaner, Gleiter. Okay. Ist direkt bei dir. Direkt auf mir. Hö? Ach, da oben eine Banane. Ich werde ster... Ich habe ihn. Ich werde ihn finishen. Ja, finish ihn. Ich habe ihn. Ich komme in deine Richtung, so gut es geht. Da ist sein Maid. Er hat mich reingerast. Ich bin tot. Ne. Ich habe ihn. Ah ja, ich wollte gerade reinschießen. Warum fliehst du rein? Nein. Sterbe lieber, anstatt, dass ich meine Challenge nicht schaffe. Aber ich habe es geschafft. Hey, du. Du hast doch gerade gesagt, nur einen Kill. Ne? Und dann hast du einen Kill gemacht und meintest, lol, erster Kill des Matches. Ach so, ich war aber noch nicht in der Base. Ach so, lol. Bin ja mit der Zipline wieder hergefahren. Ist übrigens ein Hai. Wollen wir uns davon finishen lassen? Warte, wir müssen mich finishen lassen. Komm her, Hai. Stirbt durch ein Hai? Ja, Erfolg. Hör auf, Erfolg. Na, komm. Manu, was ist mit dir passiert? Nein, nicht aufheben. Nein. Alter, Alter. Ja, komm, komm, noch ein Biss. Ja. Boah, da hat er uns als Team gefinisht. Boah, ist der Hai gut. Okay. Dann bewertet den Part. Schaut auch in die Videobeschreibung. Da ist einiges verlinkt. Und falls ihr wollt, könnt ihr wie gesagt den Creator-Code GLP benutzen. Danke und tschüss. Und dann gibt es ein bisschen mehr mit dir. So, wenn das Video ausgehen. Was ist das? Vielen Dank.